Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu dem wohl meist angefragten Video auf meinem ganzen Kanal in der letzten Zeit. Und ja, heute geht es um die neue Version von Kali Linux. Wir wollen heute nochmal Kali neu installieren. So, das Ganze hört sich jetzt eher komplex an und deswegen wird das Video auch ein bisschen länger werden. Aber ich versuche alle Fragen, die sich so unter meinen letzten zwei Videos zu diesem Thema angesammelt haben, hier rein zu packen. Und zwar als allererstes. Wir werden das ganze Ding als virtuelle Maschine installieren. Ihr müsst wissen, Kali Linux ist ungefähr das, was Windows ist. Nur eben für andere Menschen. Und deswegen installiert man Kali Linux normalerweise so, wie man Windows installiert. Das machen wir allerdings nicht. Ihr werdet am Ende ein Kali haben, während euer Windows an ist. Das heißt, wir nehmen das ganze Ding hier auch auf Windows auf, weil ich die Annahme oder weil sich quasi aus meinen Analytics herausgestellt hat, dass die allermeisten Menschen hier Windows verwenden. So, das nächste ist, falls es bei euch Schwierigkeiten geben sollte, kann es sein, dass euer PC keine virtuellen Maschinen unterstützt. Das heißt, er unterstützt kein Betriebssystem im Betriebssystem, weil das halt ein Special Feature ist, was von der Hardware auch unterstützt werden muss. Und wenn euer PC, also euer Motherboard oder eure CPU dafür nicht geeignet ist, dann geht das halt leider nicht. Aber meistens ist sie das. Und falls ihr irgendwie Schwierigkeiten haben solltet, dann schaut bitte in eurem BIOS nach. Also wenn ihr euren PC wirklich, also euer Windows neu startet, dann zum Beispiel F11 oder Entfernen oder F2 drücken. Und dann landet ihr in BIOS. Und dort gibt es Optionen, je nachdem von welchem Hersteller euer Prozessor ist. Intel VTX oder Intel Virtualization Technology oder AMD Virtualization Technology. Sowas in die Richtung. Und die müssen auf ON stehen. Wenn die auf OFF stehen, funktioniert da gar nichts. Das heißt, stellt die um auf ON. Das kann ich euch leider nicht zeigen, weil das ist quasi noch bevor Windows sich startet. Da kann ich nicht aufnehmen. Und dementsprechend, ja, bitte auf ON stellen. Sonst funktioniert gar nichts. Und ansonsten, wenn ihr Schwierigkeiten bekommt, ihr könnt immer, das ist die nächste Option, die ihr habt, aber das machen wir in diesem Video nicht. Ihr könnt immer ein ganz normales Linux. Also es muss nicht Kali Linux sein zum Pen Testen, sondern ihr könnt auch einen Manjaro verwenden, einen Linux Mint, einen Ubuntu. Könnt ihr verwenden, um Pen Testing durchzuführen. Das geht ohne Probleme. Kann man wunderbar machen. So, ja, lasst uns jetzt anfangen. Und zwar, wir gehen erstmal auf die Webseite von VirtualBox. Das heißt, wir finden hier virtualbox.org. Und hier sehen wir dann, wenn wir hier auf die Downloads gehen, dann sehen wir hier Windows Host. Natürlich gibt es das auch für OSX oder für Linux oder für Solaris. Aber wenn ihr unter Linux ohnehin seid, dann installiert euch die Tools lieber auf einem ganz normalen, oder ganz normal über euren Paketmanager. Und dann könnt ihr sowieso schon weitermachen. Das ist nichts weiter als quasi Tools, die ihr da schon vorinstalliert bekommt in Kali. So, aber ganz normal weitermachen hier. Windows Host einfach runterladen, Datei speichern und dann ausführen. So, einmal hier auf Weiter drücken. Weiter und Ahmengut. Okay, bei euch steht jetzt hier nicht reparieren oder entfernen. Bei euch wird hier einfach die Installation weiter gemacht, sozusagen. Und ja, dann klicken wir hier auf Installieren. In eurem Fall steht da wirklich Installieren. Genau so. So, und anschließend können wir hier auf Fertigstellen drücken. So, und jetzt steht da, wir müssen neu starten. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil ich am Aufnehmen bin, Kollege. Nein, das machen wir selbstverständlich nicht jetzt. Und dann bekommt ich hier das Virtual Box Management Fenster. So, das ist das Erste. Ihr solltet tatsächlich neu starten. Ich werde das jetzt nach der Aufnahme oder während der Aufnahme halt schneiden und dann neu starten. Aber ja, wenn ihr hier dieses Fenster seht, dann habt ihr schon mal Virtual Box installiert. Das ist das Programm, mit dem ihr Systeme erstellen könnt. Okay, gut. So, und jetzt wollen wir das Ganze nicht selbst installieren, sondern wir gehen auf Kali.org und dort gibt es quasi Downloads, die das ganze System schon für euch fertig installiert haben. Das heißt, wir können hier auf Downloads einfach draufklicken und dann finden wir die Kali Linux Images. Diese Images, die braucht ihr, wenn ihr Kali wirklich selbst installieren wollt. Also wirklich die Installation komplett selber durchführen wollt. Es gibt aber auch schon sehr, sehr nette Menschen, die das für euch gemacht haben. Und hier findet ihr dann eben Kali Linux 64-Bit VMware. Das haben wir nicht. Wir haben hier einmal Kali Linux 64-Bit Virtual Box. Das ist das, was wir wollen. Das heißt, wir klicken hier einmal auf die Offensive Security Seite, lassen die Cookies zu, damit das uns nicht mehr nervt. Und dann haben wir hier oben die VMware Images. Das macht ihr bitte zu und geht dann hier unten auf die Virtual Box Images. Und dort findet ihr Virtual Box 64-Bit. So, und das einmal runterladen bitte, einmal Datei speichern, nicht öffnen mit. Und ich weiß, da hatte es schon mal Schwierigkeiten von jemandem gegeben, dass ich das ganze Ding hier quasi, naja, dass man es angucken konnte, also dass man es lesen konnte. Wenn es bei euch nicht zum Download führt, wenn ihr hier draufklickt, dann macht ihr hier einen Rechtsklick und dann Ziel speichern unter. Dann kommt ihr im Endeffekt genau auf dasselbe. Das heißt, wir haben hier die OVA-Datei. Beachtet darauf, dass es hier .OVA heißt und hier Open Virtualization Format Archive steht. Falls es bei euch nicht funktionieren sollte, benutzt bitte einen anderen Browser. Aber ihr müsst diese Datei runterladen und nicht im Browser öffnen, okay? So, und ihr seht, das geht auch eine ganze Weile hier, weil, ja, das eben eine große Datei ist. Die hat 3,3 GB, okay? Das heißt, ich schneide mich hier mal ganz kurz und wir hören uns gleich wieder. So, wenn die Datei fertig runtergeladen ist, dann habt ihr hier eine .OVA-Datei. Die sollte auch schon dieses Logo hier haben. Das .OVA könnt ihr unter Umständen nicht sehen, wenn bei euch die Dateiendungen nicht eingeblendet sind. Das könnt ihr übrigens hier unter Ansicht, Optionen, Ansicht und dann hier unten den Haken entfernen. Bei Erweiterung, bei bekannten Dateitypen ausblenden. Also hier den Haken quasi rausnehmen, dann seht ihr, dass es eine .OVA-Datei ist. So, und jetzt öffnen wir wieder oder gehen zurück in dieses Virtual Box Fenster und nehmen einfach diese .OVA-Datei und ziehen die hier... Ah, Quatsch, richtig, das geht ja nicht mehr. Wir importieren jetzt also. Das heißt, wir wählen hier lokales Dateisystem aus und sagen hier, okay, Datei welche. Hier einmal ganz kurz zu eurer .OVA-Datei navigieren, die auswählen und schon könnt ihr hier weitermachen, einfach weiterklicken und dann sehen wir hier mehrere, nun ja, mehrere Informationen für euer virtuelles System. Die sind alle soweit schon korrekt eingestellt. Das heißt, ihr müsst hier nichts machen. Wenn es bei euch Schwierigkeiten gibt, dann könnt ihr hier die USB-Controller deaktivieren. Die führen manchmal zu Problemen, aber ja, nicht immer, okay? Wir müssen jetzt also auch noch einer System... Also wenn wir hier... Sorry, das mache ich nochmal kurz weg. Wir müssen hier auf Importieren klicken und dann geht es hier weiter. Wir müssen einer System- oder Softwarelizenz zustimmen. Und das ist die GPL V3, da könnt ihr euch das Ganze gerne durchgucken, indem ihr diesen Link öffnet. Müsst ihr aber nicht machen oder solltet ihr machen. Ich kenne sie natürlich schon und deswegen klicke ich hier auf Zustimmen. So, und dann dauert es ein kleines bisschen, weil das ganze Ding bei euch lokal noch installiert wird sozusagen oder importiert wird als System. So, und das ist jetzt wunderbar, dass das passiert ist. Und zwar, wir sehen hier, konnte nicht importiert werden. Fehlermeldung, eInvalidArc und dann hier diesen 0x800 blablabla. Muss euch nichts sagen. So, und der Punkt ist, meine Freunde, ihr bekommt diesen Fehler nur genau dann. Und ich glaube, ich habe diesen Fehler 100.000 Mal in den Kommentaren gesehen. Okay, nicht ganz. Aber ihr bekommt diesen Fehler dann, wenn ihr nicht neu gestartet habt. Das heißt, bitte, bitte startet euren Rechner einfach einmal neu. Dann könnt ihr diese wunderbare Datei hier einlesen über das Importieren-Feature. Und ja, dann seid ihr schon drin. Wenn ihr schon hier rein zufällig was haben solltet, müsst ihr natürlich vorher Werkzeuge anklicken und dann habt ihr diesen Importieren-Button hier wieder zur Verfügung. So, jetzt wollen wir das erste Mal Kali starten. Und da sind auch schon viele Probleme bei aufgetaucht. Ähm, und ja, lasst mich das ganz kurz hier für euch machen. So, ähm, genau, wunderbar. So sieht der nächste Fehler aus, den ihr höchstwahrscheinlich bekommt, wenn ihr das Ding jetzt versucht zu starten. Da steht im Endeffekt, ihr sollt die USB-2-Controller-Sache einschalten, beziehungsweise erstmal aktivieren. Und dazu braucht ihr eine weitere Software, die ihr runterladen müsst. Dazu geht ihr hier bitte wieder auf www.versalbox.org.wiki.downloads und dort könnt ihr dann eure, ähm, Extension-Packs runterladen. So, das ist der Extension-Pack, den ihr hier runterladen könnt. Hier könnt ihr draufklicken, ähm, All Supported Platforms und hier seht ihr dann den V-Box-Ext-Pack, ja. Dann einfach Datei speichern wieder und den Ordner dazu wieder öffnen. Hier das ganze Ding einfach doppelklicken und schon wird das Ganze hier in VirtualBox eingelesen. Hier steht auch VirtualBox-Frage. Sie sind dabei, ein Zusatzpaket für VirtualBox zu installieren. Zusatz, bla, 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 bla. Äh, bitte kontrollieren Sie die Beschreibung sorgfältig und installieren Sie es nur dort, falls Sie es auch wirklich von einer vertrauenswürdigen Quelle erhalten haben. Das heißt, überprüft bitte nochmal, ob ihr das auch wirklich fresh von www.versalbox.org.wiki.wiki.downloads runtergeladen habt. Und nicht irgendjemand Bösartiges euch das Ding geschickt hat. Ansonsten habt ihr ein Problem. So, ähm, wir klicken hier selbstverständlich auf Installieren. Müssten hier einmal runterscrollen und zustimmen. Selbstverständlich, selbstverständlich müsst ihr das ganze Ding lesen, bitte. Habe ich natürlich schon gemacht. Und wenn dieses Zusatzpaket Oracle VM VirtualBox Extension Pack erfolgreich installiert wurde, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit USB-2-Geräte zu nutzen. Die braucht ihr natürlich, weil ihr ansonsten nicht zum Beispiel auf euren WLAN-Adapter zugreifen könnt. Und deswegen müsst ihr die installieren, wenn ihr irgendwie zum Beispiel WiFi-Pen-Testing macht, was ihr bei mir zum Beispiel auch schon häufiger mal gemacht habt. Wahrscheinlich habt ihr das Video dort gesehen. So, ähm, dann starten wir das Ganze. Und ja, jetzt werden wir, wo ist es? Hier. Jetzt können wir hier das Ganze einfach abwarten, sozusagen, bis es von selbst startet. Also ihr müsst nichts drücken oder sowas. Überhaupt nichts müsst ihr machen. Ähm, einfach nur abwarten. Ihr müsst auch nichts mehr installieren jetzt. Das ist quasi alles abgeschlossen. Einfach nur warten, bis das ganze Ding gestartet hat. Und dann möchte ich euch noch so eine kleine Rundtour geben, ähm, über Kali. Also ihr könnt das Fenster auch größer ziehen. Ähm, und diese Meldung hier oben könnt ihr ausblenden, wenn ihr das wollt. So. Übrigens, die rechte Steuerungstaste ist die Host-Taste, ja. Das heißt, wenn ihr irgendwas machen wollt, also zum Beispiel die Maus wieder rausbewegen wollt, dann nutzt bitte die rechte Steuerungstaste. So. Jetzt müsste ich hier erstmal Nutzername und Passwort eingeben. Und ich habe früher in den Videos gesagt, es ist Root und Admin oder Tor, äh, oder sowas. Also, ähm, das ist es nicht mehr. Es ist mittlerweile Kali, Kali, okay. So, und dann macht ihr hier einfach Login. Äh, und lasst mich das ein kleines bisschen tiefer rutschen, dann könnt ihr das ganze Fenster sehen. So. Und ja, das Ganze sieht jetzt ein kleines bisschen anders aus, aber im Endeffekt solltet ihr euch relativ schnell zurechtfinden. Denn hier oben ist dieses, ähm, naja, im Endeffekt wie bei eurem Windows, ja, das ist quasi das Windows-Logger. Logo bei euch, ähm, hier ist jetzt das Kali-Logo. Wenn ihr hier draufklickt, findet ihr alle Applikationen. Und das, was ihr wahrscheinlich als erstes und zwar am dringendsten brauchen werdet, ist der Terminal Emulator. Ja, das heißt, ihr könnt hier einfach die Command-Line benutzen und dann eben alles hier machen. Also sowas wie zum Beispiel LS könnt ihr machen. Ähm, genau. Eben solche, solche Dinge könnt ihr hier eben machen. Oh, ah ja, richtig. Genau, das ist noch wichtig, dass ich das sehe, ähm, oder dass ich das euch vorstelle. Wenn ich hier, ähm, jetzt einen Bindestrich machen wollte, und das werdet ihr wahrscheinlich häufiger mal machen, dann müsst ihr, ähm, naja, dann habt ihr hier leider das falsche Tastatur-Layout. Weil standardmäßig eben hier eine amerikanische Tastatur eingestellt ist. Das muss man natürlich auch noch ändern. So, und diesen Fehler fixen wir jetzt einfach, indem wir wieder auf das Startmenü hier klicken und hier Keyboard eingeben. Ah ja, ihr seht es wieder, wenn ich hier Key eingeben möchte, dann kommt Cats raus, weil Y und Z sind halt leider vertauscht auf den amerikanischen, äh, Tasten. So, und hier können wir jetzt sagen, okay, Keyboard Behavior, ähm, können wir so einstellen, wie wir wollen. Application Shortcuts brauchen wir aber auch nicht. Was aber wichtig ist, ist hier, das Use System Defaults machen wir natürlich raus und wechseln unser Keyboard Layout. Wir fügen was Neues hinzu, sagen hier Deutsch oder, ah, ich glaube, ich muss German eingeben. German, hier, da. Ja, so, das fügen wir hinzu und dann entfernen wir das amerikanische Keyboard Layout. So, und, äh, ja, das ist quasi jetzt unser, ähm, genau, das können wir noch so anpassen, falls wir dann noch irgendwas Spezielles brauchen. Aber genau, das ist jetzt das deutsche Keyboard Layout. Hier machen wir jetzt ein Close rein und jetzt überprüfen wir das ganz kurz, indem wir hier das Terminal öffnen. Ihr könnt auch hier draufklicken, dann öffnet ihr auch das Terminal. Wenn wir hier jetzt einen Bindestrich eingeben, sollte auch ein Bindestrich rauskommen. Wenn wir ein Y eingeben, sollte ein Y rauskommen. Und jetzt können wir zum Beispiel auch die ganzen wunderbaren, ähm, Sachen hier ausführen und können alles machen. So, wenn es euch jetzt gefallen hat und ihr mehr mit Kali machen wollt, also das heißt, ihr wollt vielleicht Offensive Security, also Hacken oder Pentesting machen, ja, dann bitte ich euch einfach mal in meine dementsprechenden Playlist reinzugucken. Ich verlinke die natürlich hier jetzt auch am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Probleme habt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dann kann ich das im nächsten Video wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich noch eine neue Version geben, weil immer mal wieder sich was ändert einfach hier ran. Es sieht einfach anders aus. Aber an sich bleibt die Kernfunktionalität gleich. Es sieht wirklich nur anders aus. Und wenn ihr das Terminal findet, könnt ihr sowieso alles machen. Mehr braucht ihr im Endeffekt gar nicht. So, ähm, ja, okay, ist gut. Gut, dann war es das von meiner Seite und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.